Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und in diesem Video soll es mal wieder um ein neues Paket gehen oder vielleicht auch besser gesagt ein neues altes Paket, denn Epic Games hat mal wieder ein Bundle in Fortnite reingehauen und das Ganze wird euch definitiv freuen Leute, aber dazu kommen wir sofort. Ihr seht es hier schon, ich bin nicht auf meinem Account unterwegs, denn ich kann das auf meinem Account nicht zeigen, ich habe das Ganze schon freigeschaltet, deswegen bin ich hier auf einem anderen Account unterwegs, also ihr braucht ja auch keine Anfrage schicken, weil dieser Account wird nicht benutzt Leute. Ja, vergesst natürlich nicht ein Like dazulassen, ein Abo dazulassen und ganz wichtig, meinen Creator Code Meta-8 im Gegensatzjob eingeben und mich kostenlos unterstützen, aber wir kommen direkt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Wenn sich dieser Shop mal hier aktualisieren würde, was ein bisschen länger dauert gerade, was aber kein Thema sein sollte, ich glaube, ach, jetzt haben wir es. Genau, ihr seht es hier schon ganz rechts, sind wieder die Star Wars Sachen, der Battle Pass natürlich wurde auf diesem Account noch nicht freigeschaltet. Hier die Star Wars Sachen, die habe ich tatsächlich auch schon freigeschaltet auf meinem Account, aber abgesehen davon hier Shifu, Raptor, ehrenhaftes Daskin überhaupt, also feiere ich unnormal. Ihr wisst es ja, seid Tag 1 Raptor-Fan, dann hier nochmal Mecha-Team und so weiter, dann hier nochmal Kristall, dies, das, also ist ja völlig egal. Das Wichtige ist, was wir hier ganz links sehen, und zwar das Fortnite-Lava-Legenden-Paket. Ich habe es euch ja schon gesagt, auf meinem Account habe ich das Ganze schon, deswegen konnte ich euch das nicht zeigen, aber hier seht ihr das ganze Lava-Legenden-Paket, sieht sehr, sehr cool aus. Und das Ganze können wir uns natürlich auch nochmal angucken und begutachten, ihr seht es hier schon, vulkanischer Schlachtenhund für 1999 insgesamt, vulkanische Valkyre, vulkanischer Wappenumhang, vulkanische Valkyren-Schwingen und Lava-Schwinge als Hängegleiter. Das Ding sieht richtig, richtig baba aus, also richtig geil. Und ich habe es mir, wie gesagt, schon seit dem ersten Tag freigeschaltet gehabt, und deswegen konnte ich das euch in meinem Account nicht zeigen. Aber, wer dieses Bundle noch nicht hat und das Paket haben möchte, schaltet euch das jetzt frei. Wenn ihr noch V-Bugs braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt, könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich damit sogar noch unterstützen. Plus, wenn ihr nochmal doppelt unterstützen wollt, dann mit dem Creator-Code Meta-8 im Gegenstandsjob eingeben. Leute, habt ihr das ganze Bundle schon, ja oder nein, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Bundle haben wollt. Ich weiß nicht, ob ich dem einen oder anderen das Ganze hier ermöglichen werde, denn letztens habe ich wirklich sehr, sehr viel rausgehauen. Und, ja, deswegen muss ich mal schauen. Aber, ja, tragt meinen Creator-Code ein, schickt mir das auf Instagram und ein bisschen Glück, ja, spende ich euch dieses kleine Paketchen hier. Der eine oder andere wird vielleicht Glück haben, ich werde aber nicht allzu viele verlosen. Also, wie gesagt, Creator-Code eingeben, mir ein Bild davon auf Instagram schicken und da macht ihr auch schon direkt mit. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao und Tschüss und bis zum nächsten Mal.